Da bin ich irgendwann reingekommen und da war eine Ameisenstraße in meinem Zimmer und es waren unfassbar viele Ameisen. Und ich hatte von Jeanne Ruhland, die ich sehr verehre, die leider schon von uns gegangen ist, aber auf anderer Ebene weiter wirkt, gelernt, ich kann einfach mit den Tieren kommunizieren. Wenn du noch unbewusst bist, tritt sie vielleicht drauf und mal weg hier, holst irgendeinen Spray oder irgendwas, dass die Tiere eingehen. Und ich bin da weit weg davon, weil ich mich als Teil der Natur verstehe und auch eine Ameise sicher ein Empfinden hat. Und ich habe mal gelernt, töte nie ein Tier im Scherz, denn es spürt wie du den Schmerz. Also habe ich gelernt, mit den Ameisen zu kommunizieren und deren Bedeutung zu verstehen. Ameisen bedeuten Neuordnung. Und wenn viele Ameisen da sind, große Neuordnung. Also habe ich zu den Ameisen gesagt, Jungs, Mädels, ich bewohne jetzt hier das Zimmer die nächsten 14 Tage. Ich sehe, ihr habt hier eine Straße, wir können gerne miteinander wohnen. Ich kriege gerade eine Gänsehaut. Ich wünsche mir eins, diese Straße ist eure, ich passe schön auf. Auf dem Bett habt ihr nichts zu suchen und wenn ich ins Bad komme, wäre es cool, wenn ihr weg seid. Und du kannst es jetzt glauben oder nicht. Immer wenn ich ins Zimmer kam, die machen schon wieder mit hier, die Engel. Immer wenn ich ins Zimmer kam, waren die Ameisen auf ihrer Straße. Einmal war einer auf dem Bett, ich sage, das war nicht abgemacht, das haben wir nicht besprochen. Und wenn ich ins Bad gekommen bin, waren die alle weg. Das hat mich so fasziniert und da habe ich gelernt. Und zum Beispiel war ich vorhin am Auto und da saßen im Wald lauter Mücken an meinem Kofferraum. So, jetzt hätte ich die Kofferraumtür einfach zuklappen können oder ich rede einfach mit den Mücken. Ich sage, Jungs und Mädels, macht was ihr wollt. Am besten fliegt ihr jetzt raus hier, denn das Auto ist jetzt zu und dann kriegt ihr keine Luft mehr. Zack, was haben die Mücken gemacht? Die haben sich für wegfliegen entschieden. Also teste das gerne einfach mal, mach deine eigenen Erfahrungen, kannst du ja auch unter diesem Video platzieren. Wenn du mehr wissen willst, kontaktiere mich einfach über meine Webseite.